ja habe ich gesagt dass ich gerade gekippt wurde ja das habe ich so gehen wir schon mal dass sie noch so hey leute und willkommen zu einem namen der wäge da heute spüren wir noch ein bisschen skywars auf dem gomadepunknet server wir spielen auf der 12x1 map locos und ja ich nehme ressourcine kit wo ich da muss eine attacke machen möchte was mir immer gelingt natürlich okay ich hoffe ich werde nicht gekippt durch die ganzen prämies hier wüstensand alles gleiche gesandt gut leute hoffen wir mal ich werde nicht gekickt sonst wäre es schon ein bisschen kacke und gehe schon mal ein bettchen hier wegen alles klar okay nur noch ein prämierlich sind drin fack schild so echt los uns hätten wir es ich noch schlafen können so ich habe ich habe ich habe ich habe noch eine runde zu finden einer einsam da ist brav du mir gefördert oder gehen wir einfach in der männer in die mitte gut habe ich nun nicht gerade das beste schwert wahrscheinlich aber ich denke mal in der mitte dürften die erst sein und ja versuchen wir uns hier noch mal in dem jump und run ja alles ist okay diese sprung sind asi weil ich die nicht hinkriege also nicht jedes mal ok da hatte einer ein enemy kit ziemlich wahrscheinlich dass jemand hier enemy nimmt ich hatte auch ganz schön oft dieses knüppelkid genommen schon instant in die metamate instant ja er hat ja keine ahnung ich baue die kisten ab ähm so brauche ich nicht brauche ich brauche ich nicht brauche ich nicht brauche ich nicht Ich nehme das Schwert gerade nur mal so zur Sicherheit. Es hat ein ganz vieles Enemy-Kit. Ich wundere mich, dass hier niemand in der Mitte ist. Okay. Gehen wir uns kurz mal. Okay, sind wir schon mal nicht schlecht equipped? Habe ich XP? Okay, nicht genug. Schade. Ähm, dann nehmen wir uns erstmal hier die Spinnenweben. Haben wir Holz? Nein, wir haben kein Holz. Kraften wir uns mal kurz eine Werkbank. Zack. So, zack, 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 zack. So. Ähm, wir holen uns noch ein Tierschwert, auch wenn es jetzt nicht. Sonderlich gut verzaubert sein wird, letztendlich. Ähm, ist ein Tierschwert einfach Gönnung. So, holen wir uns noch die Tierschuhe. So. Bam. Bam. Äh, auf die drei. So. Vier. Gold, Apfel. Muss natürlich auch in die Hotbar. Steine. Ja, das sieht doch gut aus. Können wir uns erstmal pre-gap. Falls hier irgendwas passieren sollte, bin ich dann schon mal geschützt gegen. Haben wir es jetzt noch auf Schärf. Okay, da ist ein. Der eine hat fast gar keine Rüstung. Okay, der ist vor dir. Wen könnten drauf gehen? Obwohl, ich könnte... Alter. Ja, die hole ich mir. Nice. Lol. So. Fuck. Ja. Genau an das habe ich nicht gedacht. Das ist echt ärgerlich. Äh. Ja, gut. Hab ich gesagt, dass wir einfach mal in eine neue Runde gehen. Ah, das ist hab ich hier schon. Hä. Äh. Kamping. Kamping. Nimm ich mal wieder das Assassin-Kit. Ist einfach irgendwie mein Lieblings-Kit. Keine Ahnung. Wie läuft's so mit den Coins? Ja, Coins sind am Start. 23.000. Ich spare momentan auch auf Mage. Weil Mage ist einfach okay. Wollte ich gerade... Ich glaub, es ist sogar dieselbe, ne? Bin noch nicht ganz sicher. Hm... Ja, das ist dieselbe. Lol. Lol. Lololololol. Na gut, ähm... Die ganzen Prämis kommen jetzt rein. Ich werde mit höchster Wahrscheinlichkeit rausgekickt. Oder ich bin so... Dann so der einzige Non-Premie in der Runde. So als Non-Premie ist es echt schwer, in solche 8x1er-Runden reinzukommen. Weil die ganzen Prämis und diese Partys... Nein, Spaß. Ähm... Man dürfte das eigentlich hinkriegen, wenn jetzt kein Prämie mal reinjoint. Oh mein Gott, ich hab's einmal geschafft. Oh mein Gott, ich bin... Ich bin ganz stolz auf mich. Yeah. Ja, das passiert einfach... Normalerweise nie. Dass ich hier als Non-Premie reinkomme. Ich hab das Gefühl, die ganzen Prämis, die sind alles so schwitzbar. Deswegen muss ich mir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass sie mich so zerschwitzen. Äh, mir fehlt ein bisschen Holz. Da möchte ich mir auf jeden Fall nochmal eine Rod craften. Äh, so. Okay. Hab ein. Nice. Mama. Ist nicht sein Ernst, Mann. Wie er einfach abstaubt. Jedes verfliegte Mal. Mann. Ich weiß euch nicht, was ich machen soll. Geh ich nochmal in eine Runde rein. Gut, die Runde startet. Das reicht mir. Vielleicht kann ich ein Einzelteam rein. Aber ich denke mir, die Runde wird voll. Werden wir mal sehen, wie es so läuft. Und... Ja, hab ich gesagt. Na gut. So traurig. Warten wir mal, bis die Runde startet. Und würde ich nochmal sagen, ist so die letzte Runde, die ich jetzt so spiele in der Folge. Und dann passt das. 50 Sekunden noch. Ich bin hyped, boys. Vielleicht lege ich ja diesmal einen richtigen, nicen Killstreak an und das ist gute Arte Toiletten, Toilettenwasser. Alles klar. Ähm... LOL, ich bin mit Toilettenwasser in dem Team. LOL. Bruh. Ähm... Hier. Hier, hier, hier. Hier sind wir mal. Gut so. Ähm, komm mit. Toilettenwasser. Hier unten, hier vorne. Gucken wir uns kurz mal die XP's. So, fünf Level, ich glaube, das reicht noch nicht für ein, äh, Dings. Ähm, was können wir ihm noch geben? Dass wir seine Rüstung anziehen. Hier. Gönn dir. Nein, das wirst du nicht. Ich würde einen Boost machen. Ja, wir könnten TNT-Boost machen, aber ich habe keinen, ich habe nichts mit dem Empty, leider. Hm. Komm mit. Ich halte. Ich halte. Ich halte. Also, TNT-Boost. Ich halte. Bis zum nächsten Mal. Nice, er ist Geist, glaub ich. Ja, Gegner sind schon auf der anderen Insel, okay. Gehen wir einfach schnell rüber. Oh, fuck, er hat uns gerafft. Mama. Mama, tryk. Er den anden perlet, kom, please. Ha. Hallo. Wollen wir uns den? What the fuck? Easy. 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 Haben wir uns den gegönnt. Okay, der ist down gegangen, leider. Der wird Pirat, oder? Wo ist das Schwert? Oh, hi. Ist das mein Mate? Lol, es ist einfach mein Team-Mate. Erst noch drei Dears. Gönn dir. Ähm. Das ist guter, alter Toiletten-Marser. Ich glaub, er rafft nicht, dass die Brustplatte besser ist. Ich glaub, sonst hätte er die angezogen. Zieh die denn noch raus? Ich weiß nicht. Sind wir jetzt auch relativ hohen. Ähm. Kommt er? So, er crabt sich grad. So, kann ich auch mal kurz machen. Tat, tat! Tat, tat! Ah, shit. Ich hätte ja einen MLG-Boost machen. Äh, einen MLG-Boost. Einen MLG machen können, aber hab ich jetzt irgendwie verkackt, weil ich das TNT weggerufen habe. Und hier kommen. Okay. Okay, nur noch einer Und ja, der ist da Fast in der Mitte Stuff Nice, kann ich mal mit etwas abgeben Komm her Hi Hier, ein Tierbrustpanzer für dich Und Schuhe Oh, Schuhe Und ein Schwert Nice, dann ist mein Maid schon mal ein bisschen besser Hier, was Equipment angeht Komm, zieh den Brustpanzer aus Zieh den Diabustpanzer an, bitte Muss ich dem das jetzt echt schreiben Zieh den Diabustpanzer an Schaut mal, er liest es Er ist so ein Genius Hi Hi Dir Brustpanzer anziehen Er rafft es nicht Schade Ich hoffe, wir haben noch eine Chance, vielleicht was zu verzaubern Vielleicht auf Rückstoß Aber ich gönne mir erstmal hier Feuerresistenz Ey komm, er baut sich echt crappy Weg Ich bin jetzt schon mal hier sind unterwegs. Ich hoffe, er macht es fair, dass er sonst überhaupt da hinkommt. Ich hoffe, er hat es sehr gut gemacht. Was ist klar? 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 Was ist klar?